Es ist Freitag und zwar der erste im Monat und damit Showtime gewesen und 14.30 zumindest mal, das ist der wichtigste Termin für viele, die auf die Zahlen gucken, die Wirtschaftskennzahlen, in dem Fall die US-Arbeitsmarktdaten, ganz konkret gesprochen, die Unemployment Rate mit 10,2, hier sehen wir das hier, deutlich besser als zuvor und als erwartet, naja, was auch immer deutlich bedeutet, aber zumindest mal besser als erwartet, wir hatten 11,1 zuvor vermeldet, 10,5 erwartet und 10,2 sind es dann geworden, klingt erstmal super, beste Voraussetzung, könnte man meinen, wir sehen gleichzeitig mehr neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft, Non-Farm-Payrolls ebenfalls hier mit 1,7 Millionen, auf jeden Fall ein gutes Stück besser, auch als erwartet, allerdings schlechter als zuvor, aber zumindest mal die Erwartungen getoppt, aber es gibt noch zwei andere Zahlen, die für die Wirtschaft auch gar nicht so wenig relevant sind, nämlich die Stundenlöhne, die durchschnittlichen, die sind auch gestiegen, oder nein, sie sind leicht zurückgegangen aufs Jahr, aber sie sind deutlich besser ausgefallen als erwartet, 4,1 erwartet, 4,8 sind es geworden nach 4,9, na gut, Number Crunching halt. Wir sehen, das ist deutlich besser als auch auf Monatsbasis hier im Juli, also gar nicht so schlechte Nachrichten, könnte man meinen, und noch die Durchschnittsarbeitsstundenwoche liegt bei 34,5 Stunden und damit im Mittel zwischen dem letzten und dem erwarteten Wert, also alles einigermaßen okay, könnte man zumindest mal meinen. Was hat der Markt daraus gemacht? Denn das ist jetzt die spannende Frage, wir müssen ja unter Umständen um die Ecke denken, oder übers Eck denken, sind gute Nachrichten schlechte Nachrichten oder umgekehrt, denn wir wissen, dass die Notenbanken ja eigentlich mit ihren Bazookas im Hintergrund sitzen und eigentlich nur darauf warten, losfeuern zu können und gegebenenfalls Feuer einzustellen, wenn sich die Situation enorm entspannt. Also eine echte Entspannung sind diese Zahlen jetzt wahrscheinlich noch nicht, aber sie nehmen zumindest mal Druck weg, weil sie nicht negativer ausgefallen sind als erwartet. Insofern eigentlich könnte man mal landläufig sagen, alles in Ordnung. Tatsächlich, der DAX gar nicht so doof, deshalb unterwegs. Wir hatten ja hier schon gesagt, aktuell hier die Aufwärtsbewegung in irgendeiner Form, ich mache das jetzt mal sehr vereinfacht, hier hinten ist das ein bisschen tricky mit dem Päuschen, was der Markt da gemacht hat, allerdings jetzt hier so eine ABC-Bewegung, da wären wir jetzt schon gerade eben hier drüber getriggert, das ist natürlich immer fraglich, ob man sich zu solchen Uhrzeiten triggern lassen will. Ich persönlich handele zu den Daten normalerweise nicht, sondern immer erst im Nachgang, denn wie häufig haben wir das, dann gibt es einen Spike in die eine Richtung, einen Spike in die andere. Was war das mit den Spikes? Na, Bewegungen, die mal ganz kurz hier ausbrechen. Wir sehen das hier mal einen kurzen Ausflug nach oben. Wir können mal gucken, wie das im ganz kurzfristigen Chart hier aussieht, also da ist es schon ein paar Minuten jetzt gewesen, aber das Ganze, wenn man das hier zusammenfasst im 5-Minuten-Chart, das ist mal hoch, hoch, ah, nee, doch wieder runter. Ja, da spricht man häufig von Spike, auch wenn das jetzt hier sogar ein paar Minuten noch gedauert hat. Trotz alledem kann man schon so halbwegs erkennen, dass der DAX zumindest mal hier wieder die eigentliche Aufwärtsrichtung relativ scharf hat, also mal gucken, aber wir wissen, der DAX, und gerade jetzt vom Wochenende, der hat noch zweieinhalb Stunden Betriebstemperatur, danach kühlt der dann runter. Deshalb ist es dann relevant, was die Amerikaner machen. Und dort haben wir ebenfalls so diese Situation, die schnelle Bewegung hier nach oben, allerdings auch das schnelle wieder zurückkehren. Also richtig nachhaltig war das hier eigentlich noch nicht. Und im Gegenteil, möglicherweise ergibt sich genau da die nächste Trading-Situation raus. Schon wieder Nasdaq, möglicherweise werden wir das gleich bringen, nochmal im Trade des Tages, denn hier bietet sich eigentlich ein ganz interessantes Verlaufsmuster mit starker Abwärtsbewegung, wenn auch nur im Kurzen und der Gegenbewegung. Also wer Spaß daran hat, der guckt sich das nachher mal an. Ich kann es noch nicht versprechen, je nachdem wie schnell wir das hier fertig machen können, aber das wäre ein möglicher Trade. Aber selbst wenn der jetzt heute doch ein anderer wird, ich kann es unbedingt empfehlen, Trade des Tages sich mal anzugucken. Wir haben viele, viele Ideen, zum Beispiel diese Aufwärtsbewegung jetzt hier beim Nasdaq gestern, nur so als ein Beispiel. Das sind so Bewegungen, die wir gerne auch dann mal im Trade des Tages mit unseren konkreten Handelsmarken dann ansprechen. So, also Gelegenheiten gibt es da viele. Deshalb durchaus mal ein bisschen rumgucken. Letzter Blick vielleicht nochmal auf Gold, denn da haben wir vielleicht das umgekehrte Bild. Ein bisschen ähnlich wie unser Trade des Tages von gestern. Nämlich, dass wir hier auch eine Trendbewegung ja haben und jetzt hier so eine Gegenbewegung hier. Ich habe sie jetzt nicht so schön sauber gezeichnet, aber das kriegt ihr ja hin. So, und dementsprechend dann eine nicht unrealistische Chance hier, dass der Kurs dann, wenn er das Ganze nach oben triggert, dann nochmal was draus macht. Ebenfalls also eine spannende Geschichte. Ich könnte noch eine Stunde reden, aber das hilft ja auch nichts. Wir müssen ran an den Markt. Deshalb, euch alles Gute. Toi, toi, toi. Trotz alledem, auch wenn es gute Signale zwischendurch mal gibt, nicht zu einseitig. Ja, das ist ein gutes Signal. Das kann nur jetzt so und so gehen. Vorsichtig. Es kann auch schnell mal in die andere Richtung gehen. Deshalb, egal wie überzeugt ihr seid, immer mit einem Stop arbeiten. Nie vergessen, wir Händler arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Die können wir uns zunutze machen, aber selbst eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit schützt nicht davor, dass das andere Ereignis eintritt. Für eins gibt es allerdings eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, nämlich, dass das Wochenende vor der Tür steht. Deshalb ein bisschen darauf achten, ob der Markt heute noch Gewinnmitnahmen macht oder ob der Markt mutig genug ist, die aktuellen Ergebnisse übers Wochenende zu retten. Allen ein wunderschönes Wochenende, ein erholsames. Und nächste Woche sehen wir uns ja schon wieder. Bis dahin, alles Gute und liebe Grüße.